Willkommen auch die Leute bei YouTube, bei unserem Powerfinder Kingmaker Spiel. Wir sind jetzt unter die große Eiche gegangen. Und... Oh, die sind freundlich uns gegenüber. Das letzte Mal habe ich da alles kämpfen müssen. Gatekeeper Quaggy. Daisy, come, good girl. Gatekeeper notices you and her face lights up. She turns away from her pet centipede. Greeting, ally. You come, warrior queen Bedar, wait you. The gatekeeper sighs in delight. Queen Beauty as little centipede. Okay. Would that I could banish the world world beauty from the maws of these filthy creatures. What lies ahead? Hole under old Sycamore. Sycamore versus Sycamore. Firm bomb versus Himmant. Here live might and of animal. Careful, some animals still wild. Their deep hole, very dangerous. Up was Cobalt passage. But now it's broken. Cobalt dropped stones. We lift bridge, no passage. Sad. Bridge just like passage. Big treasure, all lost now. You know where the Cobalt Shaman Tartuk is now? Shaman Purple hide? No, not. He run our hole. Throw magic. Queen chase him. Queen know where he. Okay. So are we with the queen. How do I get to this broken passage? Lower bridge, bad. Cobalt run away on bridge. Gatekeeper thinks for a while. Ally make trade, yes? You want passage? I want pretty helmet. You go lower passage deep. There lie big dead spider. Our great warrior hero mounted. Until die. Bring me this bug jaw. I give you level for bridge. You take chest with loot. I make helmet of spider. Sweet. Okay. Okay. Find ich gut. shiny things. Person of Vanish. Nehmen wir mit. This is a böser giant centipede. Interessant. Es gibt nette giant centipedes und böse giant centipedes. What for Gorum? Du? Mach den da zu deinem Bösling. Du? Greif einfach an. Let her strike is one. Nein, it is just a centipede. Genau. Was kann dir schon aushalten? Nichts. Okay, da geht's offensichtlich nicht weiter. Da haben die Kobolde zugemacht. Ja, okay. Ah, okay. Doch mehr. Mach den dann mal zu deinem Feind. Du bleib hinten. Was? Minus drei Decks? Spinnst ihr? Permanent? Doch. So, schauen wir mal. Hast du ein? Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Wir müssen. Wir haben ein... Ich habe eine Potion of Lesser Restoration. Ich glaube, irgend sowas hatten wir. Remove Curse. Restoration Lesser. Ja, die Potion kannst du trinken, oder? Ach. Minus drei Decks ist doof. Done with waiting. Was ist jetzt? Noch einmal minus drei, oder? Ja. Achso. Wir haben gepostet. Okay, eine Potion reicht. Für das Gift von denen. Finde ich gut. Wir müssen... Du, warte mal. Du... Mach den. Du greif auch den an. Du... Holdest. Und du machst einfach deinen Asset Splash. Du, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Autsch. Autsch. Na, so schaut das gut aus. So macht man das. Die haben eh nichts zum mitnehmen, oder? Das ist hier sehr verbunden alles. Oh, da gibt es eine Tür weiter. Let's die Attack commence! Autsch. Hört's ja auf mich zu hauen. So, wo geht's da wohl hin? Keine Ahnung, wo's hingeht. Aber ich möchte mich zuerst umschauen, bevor ich da irgendwo reinrenne. Das schaut so aus, als wäre irgendein Loch hier. Da geht's wahrscheinlich irgendein Loch, und da irgendeine andere Höhle. Geht's da auch weiter? Na. Geht's da oben eigentlich weiter? Das ist ein Might Sentinel. Das ist nett, die kämpfen nicht gegen mich. Might Guardsman. Die hätten mich wahrscheinlich sonst aufgehalten. War echt nicht schlecht, die zum Freund zu nehmen. Mights are absorbed in their work and pay you no heat. Ja, die warten auf arglose ähm, arglose Touristen, die hier durchgehen wollen. Stopp! Amiri! Kräftinam! Du, Kräftinam! Du, Kräftinam! Du, Kräftinam! Du, Kräftinam! Ja, die Schärfe, wo kannst du angreifen, so viel ihr wollt es mit Päusen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die noch Päusenen kann. Wenn sie untot ist. Wo geht's da hin? Dräil mich! Mehr Mights. Gegen die man kämpfen müsste, wenn man gegen sie kämpft. Okay, da geht's noch einmal irgendwo weiter runter. Das wollen wir aber eigentlich nicht. Dabei wollen wir einfach alles nur erkunden. Mehr Sentinels. Jetzt da hin ins Nichts. Natürlich gibt's auch weniger Loot, wenn man nicht gegen sie kämpft, und weniger XP. Nehm ich mal an. Warrior Queen Badar. Hey, wir haben die Königin gefunden. Runter geht's runter. Seneschal-Laric. Her Majesty. Warrior Queen Badar. Welcome ally her chamber. Just one time, my ally Shaman. Purple Hyde. Pass wishes magic under our nose. And run sacred Sycamore Hall. So you have Relic Key. Who will steal our relic? We can follow not. You help us. Canada? No. Canada. Canada was geschrieben. How do I get to Sycamore Hall? My guard led you to Dor. But you need Relic. There are two. One have Purple Hyde. There is second I know not. Think Cobalt Chief. How may I help you in your war? You defeat Chief Suit Scale. I want you generous. Cobalt fools all. Without Chief we win. I want myself cut his silly old head. But he not come fight. May be coward. May be clever. All right. But I will try to reach the Chief. Brave be fight. And be not afraid to cut torture enemy. It's time to put an end to this alliance. Forgive me my Queen. I must go. I must go. Gut. Ich habe keine Ahnung, was sie mir sagen wollte. The Mights present their Queen with the most valuable loot. Along with the least broken junk. Kill the Cobalt Chief Suit Scale. Ja, 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 ja. Na ja, immerhin. Da ist irgendwas, was wir uns mitnehmen können. Nehmen wir alles. Okay. Also da durch die Tür. In die Secret Hall. Aber wir können nicht rein, weil wir haben nicht den Schlüssel. The tangled tree roots from a door, but there is no sign of a keyhole or handle. There should be another way to open it. Of course. But we don't have this other way. Sehr gut. Und solange wir mit ihr verbündet sind, werden die uns nicht angreifen. Was ich gut finde. Ich muss jetzt nicht unbedingt kämpfen. So, sind wir da jetzt schon gelaufen? Ja oder nein? Ja. Uh. Esparismus. Nein, doch nicht. Eine Münze. Wir müssen uns alles aufheben. Alles ist möglicherweise wertvoll. Aber da waren wir noch nicht, oder? Ne, da waren wir noch nicht. There's more on might. Step, step, step. Cobalt go tunnel and fall his own trap. Hahaha. Ich spie. Was spie ich? Da drüben ist noch was. Noch ein Rezept. Grambling Kuchen. Reis. The Mites have nailed windows frames to the cave walls. The landscapes painted behind some of them. Oh süß. Wir nehmen alles mit. Ich kann mich nicht erinnern hier gewesen zu sein. Da geht es nicht weiter. Oder geht es hier irgendwo weiter? Ich habe irgendwas nicht gesehen. Da gibt es noch einen Loot. Schau was an. Da geht es weiter. Erdäpfel. Und einen Ring. Schau an was die alles haben. Giant Centipede. Ein freundlicher. Mehr Mites. Mehr Centipedes. Ist ja süß. Na gut. Ist ja süß. Besser so. Ich will hier lieber spielen als plaudern. Sagte der einsame verbitterte alte Mann. So. Hier war das. Und ganz am Eingang vorne. Gibt es auch noch einen zweiten Weg. So dass wir nicht weitergegangen. Mehr Mites. Ja. Uh, was ist das? Scroll of Shield of Faith. Nicht schlecht. Meine Silver Statue hat. Mehr Mites, die nicht mit uns sprechen. Achso, warte mal. Auch irgendwas, was man hier sehen kann. Das awful Pal of Goud, which seems to be the Mites Sorting Center. Ich schaue dir irgendwie anders aus, als das letzte Mal, dass ich hier war. Also in dem letzten Spiel, aber andererseits ist es auch schon eine Weile her. Wieso schreien wir immer so? Ich würde ganz gerne sehen. Ah, ich habe den Sneak Damage gemacht. Octavia hat nur zwei Damage gemacht, macht keinen Sneak Damage. Schaut immer so aus, als würde sie den Sneak Damage machen mit ihren Zaubersprüchen. Das wäre natürlich ur-cool, wenn sie mit Zaubersprüchen sneaken könnte. Achso, sehe ich besser. Seht ihr mich auch besser? Nö. Na gut. Who cares. Ah, ich glaube, da kommen wir wieder dort raus, wo wir angefangen haben, oder? Schon fast so raus. Yep. Wir haben hier etwas vergessen mitzunehmen. Oh, was ist das? Wir schauen uns alles an. It seems that someone or something tried to ignore through the frames something successfully. Ah. Okay. Na gut. Ein Termitenhaufen oder Arisenhaufen oder was weiß nicht, was alles ist. So. Na dann. Schauen wir noch in diese Richtung. Da waren wir nämlich noch nicht. Das sind ja nur irgendwelche armen Centipedes. Könnten wir bitte uns darauf verständigen, dass du nicht angreifst? Kerl. Ich finde das nicht schlecht, dass wir mit den Mites verbündet sind. Da sind noch mehr Mites. Wie viel ich da kämpfen müsste mit denen. Yay. Noch mehr Zeug. Was ist das? Was war das jetzt? Wie war das zu Ende? Und da war es? Das war das. Ich bin nicht lustig. Jetzt bin ich hier. So, das war der Koerbund. So. Und das war. Und dann? So? Das nächste ist tatsächlich Lawful Neutral. Chaotic Evil ist drei Steps ahead. Das ist Lawful Neutral. You may capture or kill your enemies, but do not torment them. Finish him off and no more torture. How will we train aim with Kobold dead? Fine, we kill this and catch you. Okay. Okay. Wir können offensichtlich nicht rein. Hm, ärgerlich. Freundliche Centipeden. Jetzt auch noch weiter. Org. Ah, das ist die Brücke, wahrscheinlich die kaputte, oder? A wooden suspension bridge. Perhaps it's of frequent use. Back in days when the mites and Kobolds lived in peace. Ah, das können wir rüber tun und dann können wir da rüber. Schau an. Dazu brauchen wir aber zuerst irgendwie was uns rüber lassen. I poke also, you can say bad, me punish now. Was mit dir? Habe ich da jetzt einen Abgang gesehen? Nein. Also da geht's zwar grundsätzlich weiter, aber wir können hier nicht rein, weil das da zu ist. Und da ist dieser Abhang und da geht's runter. Da geht's runter. Und da geht's runter. Und da geht's runter. To the old circa more deaths. Und da geht's genauso dorthin. Na gut. Dann machen wir doch das als nächstes. Geht doch bitte mal hier her. Schaut mal, ob ihr es schafft. Alleine. So. Und bis wir dort sind. Ja, wir sind schon dort. Dann schenke ich mir noch Wasser an. Hm. Nehmen wir doch alles mit. Wir hätten es da lassen sollen. In Wirklichkeit hätten wir es nachher noch holen können wahrscheinlich. Wir müssen nochmal in diesen Level. Ja. Wie schon gesagt, YouTube-Menschen. Wir haben den ersten Stock von der Sycamore durchsucht. Jetzt haben wir den zweiten Stock. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bye BCar. Bye.